Ich konnte im Juli diesen Jahres zweimal Gold bei der WM in Tomsk holen, über 800.1500 Meter. Und ansonsten halte ich noch zwei Jugendweltrekorde und einen Europarekord. Ich bin Johanna Shikora, ich bin 19 Jahre alt und ich mache Flossenschwimmen und komme aus Berlin. Ich habe durch das Internet die Seite gefunden von meinem Verein und war sofort fasziniert vom Probetraining und es hat total viel Spaß gemacht. Ich habe es immer noch nicht richtig begriffen mit den beiden Goldmedaillen. Es war eine harte Zeit davor, insbesondere wegen Corona. Ich musste viel alleine trainieren und hatte nicht so richtig Zwischenwettkämpfe. Ich hatte nur dieses eine große Ziel, was irgendwie über allem stand und mir auch am Ende dann ziemlich viel Angst gemacht hat. Aber ich habe es dann noch ganz gut hinbekommen, denke ich. Aber es ist eben nicht nur in Metern, sondern auch Kraft. Wir machen auch ganz viel im Kraftraum, Kniebeuge, ganz viel für die Beine, Rumpfübungen und auch ganz viel Ausdauer natürlich. Für mich ist das ziemlich cool. Das ist ein ziemlicher Ausgleich, wenn ich eben zur Uni gehen kann oder eben jetzt zu Hause arbeiten muss. Aber es ist eben schön, eben diesen Ausgleich zu haben und es tut auf jeden Fall gut. Der Sport hat mir auf jeden Fall die Tore zur Psychologie eröffnet, weil ich merke, dass eben jeder, der auf dem Startblock steht, gut trainiert hat, ähnlich gut trainiert hat. Aber wer es am Ende im Kopf hinbekommt, der gewinnt dann immer. Mein Trainer und ich haben schon echt viel zusammen erlebt und das wissen, glaube ich, auch andere. Also das waren schon wirklich grenzwertige Situationen, wo eben wir immer die zusammen observiert haben. Und das schweißt natürlich zusammen. Im kommenden Jahr steht ganz schön viel an und zwar sind die World Games, das ist ja quasi unser Olympia. Die sind in Alabama in den USA. Danach ist die WM in Kolumbien und dann ist noch das Weltcup-Finale in China.